Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sherlock Holmes. Wir sind dem Verbrechen auf der Spur. Wir gehen mal da hoch, da müsste der dicke Tipsy sein. Wir werden auch mal mit dem reden, ne? Was war das? Ja, es müsste hier gewesen sein. Ja. Nee. Auch nicht. Okay. Da komm ich nicht rein. Mit dem kann ich nicht reden. Okay. Hm. Bei Eosham untersuchen sie das Nebengleis zwischen dem Bahnhöfen von Chesterfield und Eosham. Das ist ja Doncaster. Dann ist dort definitiv doch noch irgendwas. Krass. Aber was? So, der taucht gar nicht mehr auf, der Typ hier. Was ist ein Fake-Ding. Hier waren wir ja schon drinnen. Ähm. Da ist die Weiche. Da. 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 Das kann doch nicht gesunken sein. Das kann nicht gesunken sein. Irgendwas ist noch hier. Das Nebenkreis bei Ives Sam. Oh, Gottes Willen. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall auch noch was finden. Na. Also irgendwas ist hier noch. Aber was? Ist doch gar nichts mehr. Ich bin damals schon untersucht. Ich verstehe das nicht. Irgendwas übersehe ich hier. Aber was? Was übersehe ich? Ja. Hmmmm Das war's für heute. Was könnte ich hier noch übersehen? Untersuchen Sie das Nebengleis bei Evil Sam. Ja, hab ich doch alles untersucht? Oder muss ich den hier nochmal anquasseln? Oh, oh, sagt mir das doch einer! Was war in der Warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Hm. 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 Nein, das da. Was? Ja, nur. Ne, der kam wie in Chesterfield an. Da stimmt hinten und vorne noch was nicht. Jemand hat die Schiene gestohlen und vorübergehend das fehlende Gleichstück genauer. Jemand hat die Schiene gestohlen und vorübergehend das fehlende Gleichstück zu ersetzen. Jemand hat die Schiene gestohlen und der Schiene gestohlen. Aha. So. Fangen wir nochmal dort hin. Aber warum verbindet sich nur das dort hin? Wenn ich jetzt das dort hin mache und angenommen das dort hin, aha, schau mal einer an. Oh, 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 mexikaner Zug verschüttet. Das verbrechende Mexikaner an den Schlenden hat viele Leben gekostet. Also kontaktieren sie das Rad, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann, selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Oh nein, das da. Warte mal was. Warte mal was. Warte mal was. Warte mal was. Aber warum verbindet sich das nicht? Wenn ich jetzt Sabotage nehme, löst sich das alles wieder. Warte mal was. Da ist der Telegraph. Wo war jetzt dieser komische Typsy hier? Wo ist er denn der da? Aber wo habe ich denn den gefunden? Na? Ähm. Ähm. Der ist immer noch nicht da. Hä? Aber wie kann ich denn jetzt den Fall abschließen, bitteschön? Ah, hier. Ah, hier. C. Schlussfolgerung. Ja. Dann ist das. Dann ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich werde das. Ich werde die Arbeit für die Arresten. Das sind die Accomplices. Ah, aber ich weiß das. Das ist das. Du hast deine eigenen Ideen. Was sind sie? Auf der einen Seite, wir haben die Lokal Constabelle und von unserem Freund Lestrade. Das Problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn out process. And possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazos Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dig out the mines. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster Station Master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved and we shall be heading home. May we have two tickets to London, please? Right away, but... Wait, wait a minute. You've solved the case. In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. It pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious and the method of transportation has its risk. But he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalist will be here before you know it. Goodbye, sir. Good. Goodbye, gentlemen. Ha 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 ha. Kale. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! What the fuck? Ernsthaft? Ich hätte vielleicht in die Hand schießen sollen. Oh, my God! I had to do it. Oh, my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. After I returned from Afghanistan, I vowed never to take another human life. Watson, you did in fact save a life. You should focus on that. Now come. There is still much to do. Oh, scheiße. Ich hätte vielleicht in die Hand schießen sollen. Was? Ach, kommt. Bestätigen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und der nächste Fall lässt nicht lange auf sich warten. Bis dann bleibt entspannt. Genießt den Tag. Bye, bye!